Natürlich sind Lehrer keine Menschen wie du und ich. Was sich viele Leute fragen ist, wie fühlen sich Lehrer eigentlich, zum Beispiel nachdem sie ihre Arbeiten alle korrigiert haben? Ist es ein einfaches... ...fällt sich quasi jeder Deutschlehrer zu Hause auf den Balkon... ...fantastique, coffee number boxes is a Mr. Rude... ...oder ist es eher ein in sich gekehrtes, ruhiges... ...freiheit, freiheit... ...vielleicht auch das bloße Wissen darum, wieder einem Eisberg aus dem Weg gegangen zu sein... ...nein, das wahre Gefühl ist einfacher. FREEDOM! 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 FREEDOM!